Oh weh, es gibt wieder etwas Abtehringer-Walli-Hürde. Auch finden drinnen statt und mit der Ulle geredet, tut es jetzt nochmal so gespessig. Nein. Schwierig. Schwierig. Wir sind noch ein bisschen am Reden und verhandeln mit ihr. Dann musst du mir auch ein bisschen Honig aufs Mund schmieren. Oh weh, wie ist die Frau auch. Ja, ja. Hättest du auch nicht, hättest alle. Ja, ja. Oh weh, oh weh, hätte ich nichts gesehen. Warte. Männer, wir wollen draufhauen. Ja, ja. Prost. Zum Ohr. Zum Ohr. Zum Ohr. Zum Ohr. Zum Ohr. Ja, ja. Alles war noch ein wichtiges Event, muss man sagen. Schon wichtig, dass wir alles wieder bebehalten, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist auch nicht so gelaufen, wie wir wollen hätten, ja. Nein. Von hinten bis vorne alles ein klein wenig, halt nicht alt, aber viel nicht optimal gelaufen. Ja, ja. Johannes Marder. Servus, Joe. Das ist Gabi. Wir wollen mit dem Partner, das ist ja nicht alt. Kannst du mal mal hier bitte? Ja, warte mal. Ah ja, ich gebe dir. Danke. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das ist schlussendlich, oder? Ja. Das ist ja, was Schaff. Du wärst gerne gegangen. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, keinen Faden, wo er steht da. Ja, ja. Guck mal, oder? Du, Aris, wo steht so kurz gleich? Wir haben morgen ausgemacht nicht lang gelaufen. Und wenn du jetzt wieder was nimmst du da mit der Schiedsringerei einladen? Ja, ja. Schatz, schatz, warte. Schatz, warte. Ich bin... Ich bin... Ausgemacht nicht lang gelaufen. Ich bin schon im Sprung, Schatz. Ich bin sofort daheim. Alles klar. Tschau, der Wein. Tschau, der Wein. Heile. Bis bald. Oh, 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 oh. Hey, das passiert. Ja, das passiert. Schon, gib mir schnell was zu führen und der Nagus ist ja gerade. Der Nagus. Ja. Jetzt, oh, schnell, jetzt. Zum Wohl. Zum Wohl. Wie du jetzt bist ja wirklich. Ah, wo sind wir stehen bleiben? Ah, die letzte Saison. Ja, ja, genau. Ja, so haben wir eine Grenze nie, oder? Ja, also wenn wir noch was nimmst, dann werden wir mit zum Bier haben, weil wir haben es eh gehört, oder? Nehmen wir noch was bei Bierkopf. Ja, jetzt trinken wir aus und dann gehen wir zum Johnny. Auf geht's. Jetzt bist du eh schon wieder heilig, Johnny. Das ist ja herrlich, oder? Ja. Der Tag beginnt. Ja, sind wir ein bisschen dabei? Ja, ja. Hoffnbar nicht. Da rein spazieren. Hannes? Oi, oi, oi. Ich meine, ich schaue dir aus. Der ganze Sonntag ist wieder ein Marsch. Jetzt schaut doch mal, was ich geste im Fernsehen sehe. Mann. 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 Jetzt spinnt der Gänse, das ist der Gänse rum! Das gibt es ja gar nicht! Nicht klappt er da? Nein, nicht so gut, nein.